hallo ihr lieben zum gedenken an meinen verstorbenen hund lotte möchte ich dieses video heute mal unkommentiert lassen und das wird wahrscheinlich das erste und letzte video sein was wir nicht kommentieren ich hoffe trotzdem ihr habt viel spaß dabei und habt verständnis dafür vielen dank die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020